Musik Kronenberg auf der Bergischen Hochfläche südlich von Wurzeln Kruppertal-Elberfeld gelegen, war schon im Mittelalter Hauptsitz des Bergischen Kleineisengewerbes. Ein speziell in Kronenberg hergestelltes Produkt waren Eisensensen. Noch heute ist deshalb im Wappen der Stadt eine Sense zu finden. Mitten in einem alten, gewachsenen Wohngebiet lag bis 1982 eine Maschinenmesserfabrik, die seit 1780 besteht und sich in Familienbesitz befindet. Hier werden Schneidemesser für die Holz-, Metall-, Tabak- und kunststoffverarbeitende Industrie hergestellt. Die Messer sind bis zu 5 Meter lang und wiegen bis zu 250 Kilogramm. Vor der Fabrikhalle liegen die verschiedenen Rohmaterialien. Die alte Halle war nach einem Brand provisorisch wieder aufgebaut worden. Dies führte zu Baustopp und 1982 schließlich zur Verlegung des Betriebes innerhalb Kronenbergs. Den größten Raum des Lagers nimmt das Eisen ein. Besonders gekennzeichnet ist der Werkzeugstahl. Die schwarz-weiß markierten Rohlinge machen etwa ein Fünftel des gesamten Materialbestandes aus. In der Halle sind erster Schmied, zweiter Schmied und Hammer- bzw. Walzenführer damit beschäftigt, Rohlinge für Messer auszuwalzen. Bei der Herstellungstechnik der Verstählung wird auf den Trägerkörper aus geringerwertigem Stahl, nachfolgend Eisen genannt, ein hochwertiger Schneidestahl aufgebracht. Die erste Walze in der Fabrik wurde 1913 angeschafft. Eine solche Maschine kann mit Sockel bis zu 16 Tonnen wiegen. Die eigentlichen Walzenzylinder sind aus Gussstahl und zusätzlich Oberflächen gehärtet. Hier liegen die für das moderne Auswalzen vorbereiteten Werkstücke. Der Werkzeugstahl ist bereits auf das Eisen aufgeschweißt worden und ragt etwa 5 bis 7 Millimeter aus dem Trägerkörper heraus. Diese vorgefertigten Stücke werden nun im Ofen erhitzt. Die Ein- und Zweikammeröfen sind mit Chrommagnesitsteinen feuerfest ausgemauert. Die mit Überdruck betriebenen Öfen verbrauchen etwa 130 bis 150 Liter Öl pro Stunde. Durch den zugeführten Überanteil an Sauerstoff können bis zu 1500 Grad Hitze erzeugt werden. Nach 20 Minuten holt der Schmied den glühenden Rohling aus dem Ofen und bringt ihn zur Walze. Vor dem Walzvorgang muss die Zunderschicht bzw. der Hammerschlag entfernt werden. Wird dieser mit eingedrückt, entstehen qualitätsmindernde Drecklöcher. Immer wieder wird der glühende Rohling von den beiden Schmieden durch die Walze gezogen. Der Walzenführer verringert ständig über ein elektrisches Getriebe den Abstand zwischen den beiden Zylindern. Die Arbeit an der Walze oder am Hammer ist trotz aller technischen Erleichterungen schwierig und kräfteraubend. Besonders Hitze und Lärm machen den Schmieden zu schaffen. Fröhliche Geräte Böker Mussatze Salz Böker Tchaik Wiskatze Ist der Rohling auf die erforderliche Länge ausgewalzt, misst der Walzenführer die Stärke und der Rohling wird abgelegt. Bei der bis vor etwa 80 Jahren üblichen Technik der Verstählung von Schneidemessern mit dem Hammer sind mehrere verschiedene Arbeitsgänge notwendig. Im Zweikammerofen wird der Trägerkörper aus Eisen zunächst erwärmt. Die Oberfläche des Eisens muss breich werden. Geschieht dies jedoch mit dem Kern, wird das Gefüge insgesamt zerstört. Mit dem Dreikant wird die Führung für das Setzeisen geschlagen. Mit diesem wird dann der Trägerkörper je nach Auftrag in die entsprechenden Stücke getrennt. Röntgen. Ist der Trägerkörper noch heiß genug, kann der Schmied sofort das Zangenende anschmieden. Es wird so geformt, dass der zweite Schmied mit der Stubzange den Trägerkörper übernehmen kann. Über die vom Schmied benutzte Zange wird ein Eisenring gezogen, um ein Auseinanderschlagen der beiden Enden während der Arbeit zu verhindern. Diese Vorschrift dient der Sicherheit des Schmiedes. Mit welcher Präzision der erste Schmied arbeitet, kann man daran erkennen, dass er das Zangenende fast immer passend für die Größe der Stubzange anschmiedet. Sind die für den entsprechenden Auftrag vorgesehenen Trägerkörper zugeschnitten, muss die Auflage aus Werkzeugstahl vorbereitet werden. Damit der Schmied die Auflagen auf die erforderliche Stärke und Breite bringen kann, werden sogenannte Kaliber beigelegt. Zur Begradigung wird der Stahl über die Schlichtbahn gezogen. Da Werkzeugstahl relativ teuer ist, wird selbst das vorher als Zangenende verwendete Stück des Stahls noch ausgeschmiedet und auf die erforderliche Stärke gebracht. Das Abschlagen der Stahlstücke erfolgt in diesem Fall nur mit dem Dreikant. Tag. Die einzelnen Stücke werden aufgenommen und auf dem Ofen abgelegt. Dort werden sie warm gehalten, um die Rissbildung zu verhindern, die durch zu schnelles Abkühlen erfolgen kann. Während Eisen und Stahl wieder im Ofen erwärmt werden, bleibt der Hammer in Wartestellung. Das Fundament des Hammers ist aus Ziegelmauerwerk hergestellt und misst 6 auf 4 auf 3,5 Meter. Der Hammer wird hydraulisch betrieben, wobei die Unterstützung durch Druckluft variabel ist. Das Bärgewicht, das das Fallgewicht des Hammers auf das zu bearbeitende Werkstück bezeichnet, beträgt 400 Kilogramm. Als Unterlage für den Amboss dient der sogenannte Hammerstock. Inzwischen sind Trägerkörper und Auflage wieder auf die erforderliche Bearbeitungstemperatur von 1200 Grad erwärmt worden. Der erste Schmied säubert mit einem Schabeisen den Trägerkörper. Hierbei wird die Zunderschicht entfernt. Gleichzeitig bereitet der Hammerführer die Auflage aus Stahl vor. Ist die Stahlauflage vorbereitet, legt der Hammerführer die gereinigte Seite auf den Trägerkörper. Das Anpressen dauert je nach Größe des Werkstücks und je nach Anpressdruck zwischen 10 und 20 Sekunden. Die Werkstücke müssen immer wieder in den Ofen zurückgelegt werden, um die Bearbeitungstemperatur aufrecht zu erhalten. Vor jedem Arbeitsgang entfernt der Schmied die Zunderschicht. Der Hammerführer streut Borax auf die Seite der Auflage, die nachher auf den Trägerkörper gelegt wird. Auch auf den Trägerkörper bringt man zur Verhinderung von Oxidation Borax auf. Anschließend werden noch Eisenspäne zur Verankerung der Auflage hinzugefügt. Das Werkstück hat im Augenblick eine Temperatur von etwa 1200 Grad. Bis zum Ende dieses Arbeitsganges ist es auf etwa 1050 Grad abgekühlt. Verunreinigungen und Luftblasen werden aus dem Polster zwischen Trägerkörper und Auflage mit einem letzten Schlag auf das Werkstück herausgepresst. Ehe der eigentliche Arbeitsgang der Hammerverstählung beginnt, wird das Werkstück wieder auf die notwendige Schmiedetemperatur gebracht. Wie bei der modernen Technik des Auswalzens kommt es darauf an, den Trägerkörper fest mit der hochwertigen Auflage aus Werkzeugstahl zu verbinden. Schmiedetemperatur. Kaffee Immer wieder zieht der erste Schmied mit wippenden Bewegungen das glühende Werkstück über die kurze Fläche des Ambosses. Diese Bahn heißt Reckbahn, da hier das Werkstück gereckt, also verlängert wird. Um das Werkstück auf die erforderliche Breite zu stauchen, wird ein Kaliber beigelegt. Schmieden Zum Ausschmieden der Breite benutzt man ein Flacheisen. Schmieden der Breite benutzt man ein. Die lange Fläche des Ambosses heißt Schlichtbahn. Zieht man das Werkstück über diese Schlichtbahn, wird es dadurch begradigt. Ist der Arbeitsgang beendet, muss das Zangenende abgeschlagen werden. Dies geschieht, wie bereits bei Trägerkörper und Auflage, mit dem Dreikant. War das erste Werkstück der Rohling für ein kurzes Messer, so verfolgen wir nun das Ausschmieden eines Rohlings für ein längeres Messer, das in zwei Etappen geschieht. Wiederum wird das glühende Werkstück zunächst über die Reckbahn und bei Bedarf über die Schlichtbahn gezogen. Der erste Schmied ist der verantwortliche Mann am Hammer. Er bestimmt mit einem Kopfnicken den jeweiligen Einsatz des Hammerführers. Auch der zweite Schmied in diesem eingespielten Team wird von ihm eingesetzt. Ist der Rohling zur Hälfte ausgeschmiedet, muss er in den Ofen zurückgebracht und wieder auf die notwendige Schmiedetemperatur erwärmt werden. Ein solcher Rohling kann bis zu 120 Kilogramm wiegen. Zusammen mit der schweren Zange ergibt dies ein Gesamtgewicht von rund 150 Kilogramm. Bis zu diesem Gewicht kann der Rohling vom Schmied per Hand bearbeitet werden. Für größere Stücke verwendet man in neuerer Zeit Schmiedemanipulatoren, mit denen Rohlinge mit einem Gewicht bis zu 250 Kilogramm ausgeschmiedet werden können. Das Werkstück ist in der Zwischenzeit wieder erwärmt worden. Es wird zum Hammer gebracht und weiter bearbeitet. Die Schmiede halten einen festen Rhythmus von Arbeit und Pause ein. Nach jeweils 90 Minuten Arbeit gibt es eine Wartezeit von 20 Minuten. Dies hängt unter anderem davon ab, dass die Werkstücke höchstens 30 Minuten im Ofen bleiben dürfen. Wird diese Zeit überschritten, verändert sich ihr inneres Gefüge und sie werden insgesamt wertlos. Der zweite Schmied wechselt je nach Bedarf Kaliber und Flacheisen zur Regulierung von Breite und Stärke. . Musik Der Schmied ist mit dem Rohmaterial umgegangen ist. An den fertig ausgeschmiedeten Rohlingen sieht man die Technik der Hammerverstählung. Das Eisen ist flach ausgeschmiedet und die Stahlauflage fest in den Trägerkörper eingearbeitet, wobei die Naht dazwischen ungleichmäßig wellig ist. Nachdem die ausgewalzten oder ausgeschmiedeten Rohlinge ausgekühlt sind, werden sie zu Messern fertiggestellt. Einer der letzten Arbeitsgänge beim ausgewalzten Rohling ist das Schleifen, das heute durch moderne Maschinen ausgeführt wird und einige Stunden in Anspruch nimmt. Bei der Endkontrolle werden die schweren Messer noch einmal überprüft. Besonders wichtig ist das Messen der Stärken, das sorgfältig durchgeführt wird. Die Messer sind für industrielle Abnehmer in der ganzen Welt bestimmt. Mit dem mit dem Sie Mit dem